You can always repeat. We learn from our mistakes. Das ist die gleichen oder? Die haben direkt Flex-Cue reingecueht. Ja gut, also L gegen Ezreal klingt jetzt irgendwie nicht so spaßig. Was ist jetzt hier unsere Mission? Du gehst jetzt Kaiser Mitte. Wie war das denn? Mhm. Und ich spiele? Dazu? Boah, ich weiß es nicht. Willst du einfach Jyn gehen? Äh, ich... Keine Ahnung. Terrible. Ja, aber was ist denn hier nicht terrible mit deinem Champion Pool? Ash? Von mir aus? Ja, ge-ge-ash. Das war jetzt toxischer, als es klingen sollte. Also ja, ge-ash, ge-ash, ge-ash. Wait, ich wollte es gar nicht... Also, ist ja... Ist halt nicht gelogen. Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Äh, okay, ja. Teamfighter weiß ich nicht, ob das geht, aber... Teamfighter kann sehr gut sein. Noch Hellbreaker-Shit und so, geht das? Easy-Split-Pro spielen, ja. Aber ich will nicht Teamfighten gegen Ivan. Weiß ich nicht, tut er es? Ich muss jetzt hier nach unten. Hier, hier. Der Lick. Der schießt. Der ist auch noch... Hätte wohl. Ich hätte... Ich hätte... Also, ich hab Schling, ne? Ähm... Teamdiff hier? Jens, jetzt wünschst du dir schon, dass du einen Pod gekauft hättest, oder? Ja, dunke. What? Das ist doch schon dumm, ne? Das ist schon dumm. Dass du dich in allem hochhältst. Ja, ja. Aber damals noch auf einem einzigen Champion möglich. Ich weiß es noch genau. Das erste Mal, dass ich dir begegnet bin. Auf deinem Olaf. Da hast du den Turm gefängt in der Mitte. Level 1. Ah, ja. Das wär geil. Bei Black Lion. War das nicht auch der Grund, warum Bulky mich sein wollte bei ESG? Okay. Ja. Ja, ne? Ja, ne? Der Olaf ist der Karriere-Gunsch. Push, 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 push! Wir sind schon zu spät! Okay, okay. Der Karriere-Gunsch ist einfach der Olaf. Der Eisenhardt-Wikinger. Ja. Die Wände überhaupt? Äh... Da hat Bröki quasi dann deine Karriere und Kani eingetreten. Ja. Ja, auch meine tatsächlich. Ich hätt gar nicht gestreamt ohne Bröki. Junge, Bröki! Ich bin... Wir haben Bröki sehr viel zu verdanken. Ich bin ein Dosenöffner. Das ist schon sehr richtig. Bröki, wann raidest du mich oder so? Ja. Voll krass. Bröki ist hier der Founder. Ja, Bröki ist so der Großvater der deutschen Leads. Das war auch... Als ich ESG gejoint bin, hat auch Bröki mir gesagt, ey, das ist eine Opportunity für dich. Stream einfach regelmäßig. Und dann hab ich's auch gemacht. Das hat dann auch funktioniert. Ja, ich schätze erst mal... Am Anfang hast du nicht gestreamt. Dann hast du erst mal... Du bist im Stag gelassen und hast ja angefangen. Ja. Bröki made us all. Du hast irgendwann halt so... Du hast gesagt, ja, du... So. Und dann? Doppelflash. Wenn ich Level 3 bin, glaube ich, fahren wir einfach rein und killen den Thresh. Wenn das geht? Okay. Also, ich glaube nicht, dass die so viel Contoplay haben. Maybe... Aber er hat halt Conqueror. Er macht nicht so viel damage. Tatsächlich, das allererste, was Bröki mir gesagt hatte, das war im Auto, dass ich ihn wohl in der Solo-Kirche irgendwann früher geflamed hab. True. Und er sich noch daran erinnert. Au. Er mir das aber nicht übelnimmt. Und ich... Ich hab hier nicht rein erinnert. Ist das cool. Ja, ist das so cool. Ich glaube, ich muss euch mal noch die restlichen Screenshots von meinen Bröki DMs zeigen, weil das sind noch ein paar Perlen. Die sind anders. Ja, ja. Da gibt's... Ein paar Perlen gibt's noch. Kann der Jungle unten sein von denen, oder? Ja. Ich hab... In 30 hab ich wieder Ignite. Tatsächlich kann ich Alvan sehr... Ich weiß halt nicht genau, wann seine Camps dauernd sind. Deswegen ist es schwierig zu projekten. Das beruhigt mich jetzt, dass sogar du mit Alvan Jungle Tracing manchmal strugglst. Ja, deswegen hasse ich ihn. Weil ich halt... Mein ganzes System funktioniert nicht gegen den. Okay, Bröki versuchen wir jetzt einfach den Thresh. Aber die Wave, ne? Nein, nein, nein. Also wir machen nichts ohne, dass wir's von der Jungle weiß. Aber wenn ihr den... Also ihr könnt mal anfangen. Okay, doch. Wenn sie Dragon machen, dann ist es fein. Und ich würde jetzt auch rein rotieren, tatsächlich. Weil die nehmen auch Schaden. Ja. Auch wenn ihr noch nicht gebased habt. Das sind jetzt nicht so viel stärker. Glaub ich auch. Glaub ich auch. Halt aufpassen, wo wir felschicken. Wenn ein Flash vor allem kommen kann, ist es sehr gut. Und der Essel muss die Wave annehmen. Felschick du. Felschick du. Felschick du. Flash ist alleine. Der ist noch nicht 6. Der Yassu. Dragon? Dragon übernehmen. Ich hab Ghost. Ich komm zu dir. Kann's dranbleiben. Hat der Alvan noch Flash? Ja. Kann ich die Wave anpushen? Ich geh an. Okay. Wir brauchen Brücke oder so. Irgendjemand? Er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Oh, gut. Hast du noch? Schönes Calling. Sehr geil. Danke dir. Jetzt sind aber auch... Wait, ist der nicht tot? Oh? Oh, nice. Okay, er ist actually Faker. Brücke ist Counter Faker. Brücke ist Counter Faker indeed. Oh, da kommt gleich mal der Sterne. Gott, sind wir useless. Ich hätte den lassen sollen. Oh, okay. Wir verlieren mega viel Farmer unten. Also, vielleicht willst du TP'n, Tolkien. Look at this. Das geht alles in den Müll. Na, na, na. Wir könnten den Ezreal auch töten, wenn du TP's. Beinahe, ich hab... Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich dachte nie, dass der damit rechnet, dass ich ihn nicht dodgee. Der denkt, ich bin komplett Kacke. Ich bin einfach... Und er hat recht. Kacke, Ash. Und er hat recht. Ich bin zwar gefeffert. Ich kann das nicht. Ich hab noch eine W. Wenn er overextendet, bin ich drin. Ich hätte den Kill nicht nehmen sollen. Ich hab ein bisschen gefinig. Sorry. Wir diven den gleich, ne? Wenn du möchtest, ja. Ist Ivan Bot? 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 Bald, 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 bald. Ja, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht. Ich kann nicht. Ich wohne, ich wohne, ich wohne. Ich kann euch capern. Vorsicht, on TP. Ich hab keinen Flash. Mal das spielen, oder nicht? Jetzt gleich schon. Ja, gleich. Davor nicht, davor nicht, davor nicht, davor nicht. Sehr wichtig. Ich kauf nur, ich kauf nur zwei. Der Thresh ist free. Der Thresh ist free. Der hat Flash, aber wir können ihn hinten. Aber kommt. Jetzt gleich hab ich, jetzt gleich bin ich in Range. Da würd ich rein farm. Der Ezreal hat noch Flash, Ezreal hat noch Flash. Kirche Belsen? Thresh ist vor mir. Thresh ist da, Thresh ist da. Thresh ist schon in der Land. Wenn er in der Land ist, würde ich den ulten. Ich würde den ulten, ja, ja. Ja? Okay. Der hat kein Flash. Thresh kein Flash. Gleich, gleich, gleich. Noch nicht, noch nicht. Ja, ja, ich lauf, ich lauf. Ich lauf, ich lauf defensiv. Du hast eigentlich keinen Ezreal zu sterben, ja. Oh, du musst nicht mal ulten, oder? Ado? Ivan war Mitte. Ivan läuft Richtung Boots. Ich bin hinter euch. Ihr könnt chasen. Da muss ein bisschen aufpassen wegen Ivan. Und Yastro könnte auch dann kommen und auf Daisy ulten, ne? Nicht vergessen. Ja. Wollt ihr? Nein, nein, nein. Wir wollen gar nichts. Der Yastro wird dahinter sein, ja. Wir wollen auf jeden Fall pushen. Ich kann Daisy niemals töten als Ash. Dann zeig ich mich, dann zeig ich mich. Und Terran und dann zum Dragon Moven. Ich hab den Charge nehmen wir einfach so. Vielleicht ist es ein bisschen risky. Sieht sehr risky aus, ne? Aber wir brauchen dich, Freddy. Wir brauchen dich unbedingt. Ich würde rausflashen danach, denke ich, wenn ich kann. Ja, same. Wollt ihr das Spiel? Dann kannst du keine Chance. Ne, 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 ne. Auf jeden Fall. Na, ich bin auch tot. Der Dragon, aber es ist nicht worth. Ich glaub nicht hören, wer besser gehen kann. Nein, ich mein, ich glaub... Ja, true. Ja, true. Alter, das ist ja echt angestrengt. Äh... Ich hab mich ja alles gedocht, aber... Ich korte. Null damage. Hat der noch ein bisschen mehr zu zählen? Boah. Ich bin das Dingbrooky. Geil. Nice one, ey. Es wird kein Flash-Stretch-Craft. Wait, wir hätten das auch wirklich... Ich glaub, wir hätten es auch ohne Freddy gewonnen, oder? Ja, klar. Hm... Nein, die Trees sind immer leer, und dann... Featuren die auf mich, oder? Also... Ja gut, aber den Ezreal... Ne, aber der Freddy... Ehrlicherweise... Ich glaub, du gewinnst es auch so. Ja, wahrscheinlich nicht. Freddy hat ja nicht mal einen Assist bekommen auf Ezreal. Nice. Wir gewinnen keine VV4s, glaub ich. Aber wir könnten das spielen, um noch um Freddy Zeit zu schaffen, oder? Außer wir haben gute Zuschauer. Ja, das können wir gewinnen, hier. Jetzt können wir gewinnen. Frush, kein Flash, Frush, kein Flash. Schaffst du es nach unten, oder? Schön. Ich bin auf Ezreal. Ja, ich bin auf Ezreal. Fire auf W. Ich bin auf Ezreal. Schön. Scheiß auf Ornn. Geht ivern, oder? Ich versuch einfach zu fokussen. B, sie ist sehr broken. Das sieht sehr komisch aus. Schön. Zwei schöne Pläts. Leck, ich hab dem Ornn so viele Resistenzen geklaut. Ich war einfach so tanky in diesem Fall. Ey, ich... Ich hab gemisst. Fuck, Mann. Aber der Champion ist absolut insane. Da hab ich Magic Damage. Ich will das auslösen, wenn so viele wie möglich Stacks drauf sind, ne? Auf dem... Mann, Mann, mit dem W. Aber wir mitten hier gucken. Äh... Gucken... Ist Tempo-technisch glaub ich gar nicht drin, oder? Also jetzt grad aktuell. Yasuo und Ivan sind hier unten. Maybe könnt ihr aber... Ja, auf jeden Fall try, aber ne? Also ich muss basen erst. Ja, ja. Ich auch. Das sieht auch ein Freaky aus. Absolut drin. Was wärs jetzt aber? Mal Pile Breaker? B, glaub ich, durch die Wave. Yes. Oh, Ivan dahinter. Vorsicht. Jaaa! Und jetzt stirbt der Baum. Ich hab Ult in 6 Sekunden. Ja, der stirbt nicht. Ich hab ein bisschen chased. Ich hab auch nicht. Ich brauch Vision. Ach, sorry, Dami. Warte, ey, ich lauf oben rum. Ich kann eh, ich kann euch eh geben. Aber er wird ewig. Hat Daisy immer Vision? Ne. Weiß ich auch nicht. So, ich hab nur nicht gedacht. Dann wird er gefasst. Bäh, stirb. Kannst du bitte kommen, Kani? Jo. Wir haben jetzt grad nochmal gecheckt. Die haben beide ihre Blutfunk. Go, 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 go. Jetzt können wir jetzt. Oh, da wird checkt. Hier, Arrow, Arrow. Der Ivan kein Flash. Der ist auch sehr schnell rund. Aber ich glaub, wir fangen die nebenan. Ah, außer der ist tot. Weiß. Wir haben aber Botlane. Ja, Nash is for sure gone. Mr. Zorkin. Mr. Zorkin. Mr. Zorkin auch, ja. Also, er ist geflascht. Ich hätte nicht für den Turm da gehen müssen. Der WEF vielleicht später machen können. Ne, pack mal ein. Er ist real old, er ist real old. Ey, haben die schon wieder eins? Ne, die haben... Einfach nicht move'n. Der Cap Dash, der SW. Hast du denn? Ja. Legend. Sieht gut aus. Ach, die Dragon? Ich glaub auch oben. Ja. Wollt ihr Dragon machen? Wir haben Nash. Ja gut, aber es ist Soul. Können wir schon mitnehmen. Aber ich bin... Können wir auch danach mitnehmen, wenn Nash ausläuft. Wahrscheinlich. Aber wenn wir clean spielen? Ja, aber ich glaub nicht, wenn wir clean spielen. Na gut, ich hab keinen Lashleiter dafür mit WEF. Deswegen ist die WEF nicht gewacht jetzt. Ja, Top5 ist Kraft. Bot auch, ne? Gut. Sehr gut. Oh! Er schickt den Arrow auf die höher. Da trifft er vielleicht nicht. Lol, es war echt schicklos. Äh, Freddy wird angegangen. Freddy wird angegangen. Kriegen wir total zwei dafür. Einfach ne Sombraen. Ich bin so fett. Nein, ich hätte die alle killen können da. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Aber ich seh' dich, aber ich glaub' ich will gar nicht. Können wir den Bot-Hard pushen? Nice. Lazy ist sehr, sehr da. Cool, sind Thresh assassinated? Ja, aber jetzt bist du leider selber tot. Ja, D. Ja, ist so Flash. Kriegst du oben getötet? Wahrscheinlich doch, doch. Der hat kein Flash, der Assu. Können wir sterben, ne? Nice. Dann passiert's. Die können ja nicht Go machen. Sie machen Go. Nicht ganten. Mitte Ined ist George auch da. Lass ihn sterben. Lass ihn sterben. Echt? Ja, ja. Das stimmt. Ich hätt' den mit dir. Ich hätt' den mit dir. Wir können benden. Ich fetter. Nicht so freundlicher Mensch. Och, Mann, ey. Das gefällt's. Äh, ist was. One Flash. Oh? Agurin? Uuuuh. Uuuuh. Neu. Mann. Die Gäste sind hart, ne? Die Gäste sind richtig hart, ja. Also die Leute sind gut. Vor allem, das werden unsere Gegner sein. Die sind Full Challenger. Müssen wir offensichtlich Draften. Haben wir ja gerade eben auch getan, ne? Ja. Tschüssi. 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 tenderat. Prominent. E Spot?